Hallo Willkommen zu Let's Play The Legend of Luigi Jo Und noch unseren kleinen Freund Hmmmm Er ist in diesen komischen hässlichen Viechern Komm ich fass dich auf 까 Und hier passt Wunderbar Und Wunderbar Das Schlimmste haben wir überstanden Wir haben den Mund voll und haben Fliegen am Arsch. Okay, so, mal gucken wie das Schloss aussieht, wir sind jetzt auf Moortowns Karstl. Tschüss Joshi, wir sehen uns später. Ja kein Problem, ich wollte einfach mal gucken. Jo, mach das, ich geh jetzt hier rein und 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 und, mach alles tot. So, und das gefällt mir jetzt schon nicht mehr. Oh, was sag ich doch, das gefällt mir jetzt schon nicht mehr. Oh, dass wir schon was ich machen muss. Ja, ist okay. Pilschnappin, Schnappin, Pilschnappin, Pilschnappin, Pilschnappin. Scheiße, scheitern. So, geht doch. Und? Ja, okay, wir können ja weiter. So, wie erwartet. Schaffen wir es jetzt weiter höher. Oh, ja. So. So. Ah, darum war das, aber egal. Aber wohl ein Geheimwenk. Ich meinte das Level irgendwie nicht. Aber es ist so cool. Ich muss das Filo lernen, ich aber... Ich hab neig's gesehen. Habt ihr was gesehen? Knapp, 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 nicht so knapp, aber ein bisschen knapp. Ja, ich kann Feuersprung und ich habe trotzdem ein dicker Arsch und ein Grünmann, nicht nur ein Blaumann, sondern ein Grünmann, boah, nicht vor, dass wir nur Rutschi sind. Hallo? Ich habe sobald die Tastatur gerade nicht, ich kriege die Kretze. Und langsam können wir das jetzt. Okay, wir wollen ja nicht rumarbeiten, das war knapp. Wir wollen ja spielen. Tangata-a-a-a. Erstmal wusste ich, dass da was war. Und zum zum zum. Wauuah! Wauuah! Kwaa! 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 Qwauq Qwauq Qwauw ich hab Angst na super wie ich sie liebe es fehlen echt irgendwelche Elemente was drein? Idiot! und 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 die Tür und wir haben es geschafft äh ok dann haben wir es nicht geschafft oh mein Gott es sieht echt so aus sonst müssten wir das Levy jetzt wieder zurück latschen hab ich aber keine Lust zu und 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 dann machen wir es nochmal von vorne Nein wir haben keinen Aim-Over Bildschirm gesehen und nein wir sind auch nicht grad klein geworden es ist alles nur Einbildung mit und 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 Konzentration, 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 es greift die blöde Kette doch. Oh, natürlich, wir haben ein Foto gemacht, ist mir auch scheißegal. Gut, 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 gut Atlilililililili X5 X5 BINICH MC5 Ob´s da unten noch irgendwann sein? Ach komm, wie gerne wird's mal nachgucken. Gut fest, dass es eine Feder ist, aber. Haben wir da... Ich wusste es. Es fing so eine blöde Feuerblume, ey. Was sagt die Zeit? 4 Minuten, circa noch. Und was sagt der Abgrund? 4 Minuten, circa noch. Warum kann uns das blöde Yoshi-Fiech eigentlich nicht begleiten? Hallo, jetzt hängt alles. Ist jetzt blöde Spiel noch aufgehangen? Nee, nee, nee. Boah, ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Ja, wenn ich jetzt noch mal sterben sollte, dann sterbe ich. Und dann höre ich auch auf. Oder wenn ich irgendwie weiterkommen will. Aber das komme ich wahrscheinlich nicht. Wegen dieser blöde Feuerblume, ich dachte, oh, vielleicht ist da eine Feder drin. Und mit dieser Feder kann ich ein bisschen gleiten. Und das ist einfach, aber nein. Das ist die blöde Feuerblume drin, die ich schon hatte. Kannst du mich mal jetzt am Arsch schlägen? Ich habe keinen Bock mehr. Also, tschüss, bis zum nächsten Let's Play.